Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir sind hier immer noch erst mal am kochen, weil wir jetzt Rohstoffe brauchen, also Nahrung. Wir müssen sehr viel mitnehmen, wirklich sehr sehr viel, was wir hier noch vor uns haben, weil die Insel schon sehr groß ist. Und ja, wir haben aber auch einen Schlüssel eingesammelt in der letzten Folge, den hier, Selin-Schlüssel und Schlüsselkarte von Tangerohr brauchen wir nicht. Verkaufsautomaten-Dinger, Münzen haben wir auch jede Menge. Keine Ahnung, was ich damit alles anfangen soll. Und ja, für sie haben wir auch eigentlich schon einen Namen bzw. den Namen dürfen wir nicht aussprechen, ansonsten kriege ich Ärger von einer YouTuberin. So, du bleibst bitte hier auf dem Rasen, damit du nicht verhungerst, ja? Hier ist noch nicht überall Rasen, also bitte. Blanke rein. Die müssen wir alle noch fertig kriegen, ansonsten verhungern wir da hinten. Wir verdrissen ja jetzt schon fast. So, aber hier ist wenigstens... Hier wird man soweit immerhin. Was war oben dort für ein Geräusch? Achso. Sie hat gefressen. Und ich habe so ein Gefühl, wir knallen die ganze Zeit immer wieder dagegen, gegen die Wand da hinten. So, ich wünschte wirklich, dass wir schneller gehen, aber tut es leider nicht. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt erst mal für den Anfang genug, wir können ja später nochmal wiederkommen. Also, und die Kartoffeln packen wir auch erst mal hier hin. Dann anfangen wir das reichen. So, das bitte auch hier hin. Das bitte hier hin. Das auch noch hier hin. Hier unten erstmal nur noch Futter. So, dann verbrauchen wir als allererstes den Bogen. Ich muss aufpassen, dass mir der Name der Ziegel hier nicht ausversehen ausrutscht. Ich werde schauen, dass ich in dieser oder nächsten Folge so ein paar Andeutungen mache. Weil man weiß, wer damit gemeint ist. Ich habe irgendwie Bock, auch sie ein bisschen zu ärgern. Muss man sagen. So, aber jetzt kommen wir hier nicht hinterher. So, komm, schneller. Noch ein bisschen. So. Komm, das geht doch schneller. So. Ah ja, den haben wir ja schon weggetan. So, dann gehen wir mal da runter. Und schauen wir mal. Waren wir da hinten schon? Ich habe aber keine Ahnung, für was wir jetzt eigentlich den Schlüssel brauchen. Und wir konnten da auch nicht überall runter in diese Gänge, die wir gefunden hatten. Ah stimmt, das war ja das Observatorium. Von da haben wir ja den Schlüssel her. Und ich kann selber nicht glauben, dass ich so schlau genug war, rauszufinden, wie wir da rankommen. So. Komm, wir riskieren es mal, einfach hier durch zu rushen. Ähm. Alter. Okay, das ist viel zu krass hier. Nee. Nee. Und ich sehe auch kaum was. Alter, nee. Wir brauchen dafür irgendwas. Kriegen wir da irgendwas? Was ist denn das da unten überhaupt? Waren wir schon durch diese Höhle? Durchgegangen? Nur so. Also, ist ein Durchgang. Da haben wir noch so ein Ding. Boah, ich will jetzt nicht wissen, wie viele dieser Fahrzeuge hier jetzt noch rumstehen. Oder wie viele wir jetzt irgendwie vertrödelt haben. Sind aber schon ordentlich. Da hinten ist auch wieder einer. Ach, okay. Wir sind wieder in der Stadt. Ich nenne das jetzt mal Stadt. So. So. Dann haben wir hier jetzt erstmal drei. Hier geht es ja aber auch noch weiter. Hier den Gang hier drunter. Und führt das hier auch noch irgendwo hin? Nee, nur nach oben. Ah, okay. Das bringt uns nur hier hoch. Aber die will ich auch noch aufmachen. Ich will wissen, was da drin ist. Ich glaube, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Das Gebiet haben wir erfüllt. So. Die Frage ist... Was haben wir vergessen? Was haben wir übersehen? Hier in dem Ort? Also, auf der Insel meine ich jetzt insgesamt. Das da oben ist auch noch krass. Da bin ich auch noch hin. So. Mach mal ein bisschen drehen. Und... Oh! Hier ist ja auch noch einer. Hat voll vergessen. Autsch. Was ist denn das? Titanerz. Oh! Ich will hier... Schnell! 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 Okay. Haben wir überstanden? Gesundheit zwar am Arsch. Zur Hälfte. Aber... Warte mal. Alter, wie geil. Richtiger Schatz hier. Und wir haben keinen Platz mehr. Was? Wir müssen eben schnell... Was haben wir hier? Barbecue. Barbecue. Weg damit. Steak mit Marmelade. Dafür braucht man doch kein Rezept. Warte mal. Bevor wir das wegschmeißen... Können... Komm. Wir können das hier eben trinken. Hm. So. Und... Talbaden. Paddel. Rezept. Haihappen. Aufnehmen. Wo ist der Paddel? Den brauchen wir gar nicht. Da. Wir brauchen keinen Paddel. Kunststoff. Nehmen wir mit. Okay. Jetzt haben wir eh keine andere Wahl. Außer... Nochmal kurz zurück... Aufs Schiff. So. Und... Los. Autsch. Jo. Okay. Ah. Hier ist Eis. Okay. Hier kommen wir nochmal zurück. Jetzt erstmal... Unser Schiff suchen. Hier ist er wahrscheinlich nicht. Was ist da hinten? Ich hoffe das kracht hier jetzt auch nicht ein. Ähm. Jo. Ich fahre... Ich fahre... Ich fahre ja das gerade übelst. Ja. Das war jetzt so nicht geplant. Ah. Okay. So. Kann ich jetzt da durchkrachen? Da oben? Irgendwie? Nee. Okay. So. Wo haben wir unser Schiff? Was? Ich muss da Mentale ja machen. Ähm. Gehen die Dinger auch kaputt? Hat er eine Gesundheitsanzeige irgendwie? Jo. Genau. Boah. Ich feiere das aber gerade. Glücklich. Und... Ja. Geil. Okay. Hier müssen wir schon richtig sein. Boah. Auto fahren kann ich. Aber wo war jetzt mit der Schiff? Da hinten meine ich doch. Äh. Nicht ins Wasser. Damit. Ja. Bitte hoch. Ja. Okay. Das hat geklappt. Da ist unser Schiff. Jo. Nice. Okay. Es klappt. Immerhin. So. Nein. Noch nicht runter. Noch nicht. So. Wo ist Bruce? Da ist Bruce. Bruce. Bitte nicht. So. Und jetzt eben einmal alles wieder einlagern. So. Holz hier rein. Hier haben wir nichts. Holz haben wir wieder. So. Ein Metallbaden wieder. Nice. Ne. Hier haben wir nichts. Kleine haben wir wieder. Ah ne. Da haben wir nichts. Wo haben wir Seile? Wir packen wir Seile auch erstmal hier hin. Ähm. So. Ähm. Das lassen wir hier. Hier Werkzeug. Hier war die Werkzeugkiste oder? Ne. Das war die Werkzeugkiste. Da haben wir hier eine neue Schaufel. Da haben wir hier eine neue Schaufel. Oh. Wir haben jetzt 30. Keine Ahnung wo der jetzt her kam. Meh. Hehehe. Hehehe. So. Die sind soweit. Nice. Können wir die auch nochmal hinterher legen. Können wir die auch nochmal hinterher legen. Könnte ich hier bleiben. So. Dann packen wir die wieder hier rein. Ach. Dann packen wir die Kartoffeln mal da rein. So. Haben wir hier noch? Ne. Wir haben nichts nachgefüllt. Okay. Dann müssen wir eben noch nachfüllen. So. Und hier. Dann können wir auch eben den hier uns gönnen. Ja. Ihr geht's gut. So. Dann schnappen wir uns noch gleich die drei Eihappen. Achso. Wir brauchen wieder Holz. Ist gleich wieder verbraucht. Äh. Hier. Holz. So. Eben ganz schnell. Und dann noch Wasser hier auf. Ne. Ist noch nicht. Ist noch nicht soweit. Boah. Das ist jetzt nur ständig hin und her. Aber wir machen gleich vernünftig weiter. Wir warten jetzt nur noch hier rauf. So. Dann kann ich eben nochmal wieder einen Schluck trinken. Mäh. Komm schon. Die Eihappen. Auch die Eihappen. Ne. Das sind Eihappen. Mit Pilze und Seetag. So. Was können wir... Was konnten wir eigentlich noch bauen? Irgendwas. Hier. Wo war denn das? Wir hatten doch irgendwas Neues noch holt. Den hier hatten wir ja. War hier nicht noch irgendwas Neues? Hier. Biokraftstoff betankt. Das hier. Sechs Titanbaden. Mischt Rohkost und Honig zu Biokraftstoff. Ah. Das automatisiert dann. Okay. Ah. Und hier ist für die Eihappen. fertig. Dann müsste jetzt hier auch fertig sein. Okay. Dann können wir jetzt mal weiter auf die Jagd gehen. Da hinten. So. Fauen wir mal, wo unser Fahrzeug ist. Und dann will ich auch wissen, wo ich den Schlüssel von Selenius brauche. Komm, wir fahren mal da rum. Autsch. Ich finde super, dass die keinen Schaden nehmen. Aber wir müssen doch irgendwie da unten reinkommen, oder nicht? Muss es doch irgendwie die Möglichkeit geben. Ohne, dass wir hier, ja, Schaden nehmen, sag ich jetzt mal. Oder muss man das irgendwie ausschalten? Dass ich jetzt da irgendwie erstmal durchrenne. So, als Beispiel. So. Ja, das nehmen wir alles mal mit. Ja, mir geht's gar nicht mehr gut. Äh. Äh, ne. Da. Wo war das? Da, da, da. Hey, hey, komm schnell, schnell, schnell! Uh. Muss ich so durchrushen? Ist das richtig was ich hier mache? So. Hören wir uns das hier erstmal ein bisschen. Ja und noch einmal. So geht da die Gesundheit auch wieder ein bisschen runter. Habt ihr das gesehen? Ok nochmal rein. Komm schnell. Ich geh gleich drauf. Ich glaube das ist nicht das Blauste was ich hier mache. Ja egal wir gehen jetzt erstmal ein bisschen. Oder? Naja komm. Ich wollte genau unauthorized Assists. Das muss es hier aber doch irgendwie noch eine Möglichkeit geben. Hier hatten wir ja alles. Dome Sweet Dome. Ja stimmt das erinnert mich auch ein bisschen an Tangaroa diese Kuppeln. Dann hatten wir die Hütte Schwung. Ah ja genau. Und den haben wir vergessen mitzunehmen. Noch ein Steinpfeil und das hier. Oder diesen Girespawn kann auch sein. Aber das bezweifle ich. Weil wir jetzt nicht wirklich groß weit weg waren. Boah ich will jetzt aber auch nicht wissen was ich hier jetzt alles übersehen habe. Das sind aber auch nicht viele Gebäude hier am leuchten. So einen Spinden gibt es auch nix. Also die können wir nicht aufmachen. Achso Kabel ziehen. Hier nochmal ein Spind. Wofür brauche ich jetzt den Schlüssel von Sireen? Hier das Ding. Ah Selin. Selin nicht Sireen. Selin. Steht hier vielleicht noch was? Die hatten wir ja schon gehört. Und das ist jetzt Varunapult. Hier das ist alles Temperance. Warte mal. Achso ich kann die nicht bewegen. Kann die nicht bewegen. Die sind hier an Position fest gefahren. Kraftsport. Ist das deutsche Entwickler gewesen? Ja aber irgendwas fehlt uns doch. Oder ist da drinnen irgendwie ein Spind oder sowas, dass wir auch machen können? Wir brauchen ja noch eine Lötlampe. Und irgendwas um in diese Dinger da unten ranzukommen. Das ist ja nur Deko, die wir kaufen können. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung was das ist. Die Tassen würde ich gerne mal nehmen. Ich finde das schon cool. So bei mir da auf dem Schiff auf dem Schreibtisch. Hier einfach mal so eine Kaffeetasse. Lötlampe. Ich sag nichts. 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 Ja. Wir haben die Lötlampe. Ich weiß wo wir hingehen. So. Wir sind bereit. Anerwartet bevor wir nochmal dahin düsen. Komm wir gehen da nochmal einmal rein. Weil wir hier unten noch was vergessen haben. Mit Sicherheit auf jeden Fall. Obwohl. Wir kommen hier eh wieder. Ja. Vielleicht kriegen wir dort hinten genau das was wir brauchen. Damit wir da rein können. Ohne Probleme zu kriegen. So. Ja. Da zum Leuchten müssen wir jetzt. So. Ja. Der soll ruhig da hinknallen. Oder wir müssen das Ding hier deaktivieren. So. Einmal Lötlampe. Ah. Und hier ist Schlüssel von Selin. Selin Research Facility. Ah. Okay. Jetzt habe ich es gerafft. Okay. Ähm. Okay. Alter. So. Steuerstab einsetzen. Hier. Sparrow. Wasienie Ch �bet sich weiter da. sevk. Ich lesz zu Selin zu zusammen. von zwei Championsleiten. Etwas, às ich porzus habe, war ein attraktionszettal. Ein Steuerstab. esto war ja mal Können? Nein, icon. Okay, wo müssen wir hin? Genau, also hier. An der anderen Seite verschlossen. Achso, da unten, da geht eine Zeit durch, okay. Ein Reaktorschlüssel. Das heißt, wir können erst mal nur hier rein. Und wir haben nur begrenzte Zeit. Da können wir nicht durch. Muss ich wieder hoch dann, wenn ich einen neuen brauche? Oder finde ich hier auch nochmal so was in der Richtung? RB. Das wäre gut, wenn ich hier noch ein paar kriegen würde. PM. RB37. RB37. Aber hier. RB37. Oh, warte, äh, mein Ding ist hier. Geht ab. Ist gleich wieder vorbei, sagen wir so. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir da nochmal rein. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und, ciao. Ich bin's, 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 ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020